ARD Text im Auftrag von Funk Höchstwahrscheinlich Warum kann dahinter meine Deckung schließen? Das ist nicht gay Explosion Brauchst du Hilfe? Ein wenig Verkackst du's mir bitte nicht wieder Ich seh grad nichts Willst du mich verarschen? Loll, wo stand ich denn? Alter, ich seh nichts Zu viele Explosionen Das ist doch ein verkackter Scherz, diese Drecksgranate, ernsthaft Boah, Alter Haben wir selbst gekillt? Ich hab sie hoch geworfen und die fällt direkt auf den Boden Ähm, und killt mich Warte, ich geh mal hier zurück Boah, die will ich echt nicht mehr haben Leck mich doch Drecksgranate, Alter Ah, ich hab keine andere dabei Ah, doch, doch, doch Boah, die war am besten bis jetzt Allein an Bullshit Alter, leck mich doch fett Äh, ich hab neue Schilde gekriegt, sehr gute Es wär viel geiler, wenn du mir helfen würdest Scheiß Ding zu killen, den Constructor Ja, ich musste kurz die Leber regenerieren Auf geht's Pass auf, du sind Engelhafte Es ist mir scheißegal, ich geh da rein, um zu sterben Ich hol dich jetzt nicht da raus Ach so, auch nicht, das halte ich selber aus Okay, der Constructor kick gleich auf die Fresse Ach, der hat da ein Schild gest... äh stehen haben Warum machst du mir die Gänelhafte Warum machst du mir die Gänelhafte vor der Fresse weg? Hilf mir mal schnell Verschwinde von unseren Planeten Ja, ja, das ist doch scheiß, warum hab ich denn nicht gekillt? Hinten dran stehen noch welche Hol mich mal Du denkst auch immer, dass ich hier so unendlich Leben hab, ne? Ja, ich hol dich auch immer Ich kann... ich hab keine Fähigkeit für so'n Shit Boah, das ist doch so'n Mongo Shit, Alter Ja, ich bin direkt gestorben Warte, lass mir den Bulldoer stehen Ich bin tot, Alter Ach so, ich hab nicht mal gesehen, dass du down warst Ja, das ging halt ein wenig schnell Sag halt was Ich hab gesagt, ich bin tot Okay, ich bin auch tot Dann haben wir ja schon mal eins gemeinsam Lass wir schon alles nachladen Das werde ich nicht mehr überleben Doch, werde ich überleben Ich bin unten Hab dir gern geholfen Danke, ich war keinem Leben aufladen Dein Pech Und ich laufe Und ich laufe Und ich laufe Und ich laufe Noch immer Oh, lag mich doch Zwei von den Badass-Gun-Loadern Alter, wir müssen aber echt anfangen hier Taktischer zu spielen Und nicht immer drauf zu rennen Na, Nico? Und das sage ich mehr zu mir als zu dir Ich glaube, wir müssten echt off-screen dann Nico, kommst du mal zu mir? Alter, ich muss den ganzen Scheißweg laufen Weil wir die Nebenquests ja nicht mehr machen Ich hab hier ein leichtes taktisches Problem Ja? Kenn ich Komm hier hin Ich hab 200 Leben, du Fuchten Mungo Ich mach gar nichts Alter, wenn der mich einmal trifft, bin ich direkt tot Fokus Fire auf einen Niko? Ja? Ah! Raketen Fuck Ah! Kannst du mich holen? Noch ein Stück vor Boah, da ist das fucking nochmal mein Tod, ey Oh fuck Jetzt stehe ich ein bisschen ungünstig hier Ah, was rückst du? Das ist ja verkackt Was hat er mich angegriffen? Äh, ich stehe auch sehr ungünstig, um gerettet zu werden Ich bin grad am looten, Moment Du siehst mich, du müsstest mich sehen Back here Komm zu mir runter Alter, da ist ein... Warum, ey? Alter Dire... Ja komm, ich verreck jetzt wieder Überleb mal kurz Ich kann nicht grad nicht holen, meine Dick... Ich hab noch cooldown drauf Siehst du mich? Ich bin am Rand Ich bin am Rand Boah, ich verpiss mich jetzt erstmal, Dick Komm zu mir runter Da ist noch einer Ja, hier sind zwei Okay Nico, renn zu mir rüber Okay Alter, das ist auf der anderen Seite der... der Brücke, da kann ich nicht drüber springen Doch, so... Sprint, Jump, Death, Like Sprint, Jump, Death, Like Das ist mitunter die verkackteste Technik... Einfach spaghetti holonese drauf zu rennen und durchrennen Auf den hinteren schießen wir Lol Alter, ich hab grad anderthalb Magazine weiter geschossen Äh, und es stand bei mir halt einfach eins Von der Muni da Ich heb den hinteren hoch Okay Gib ihm Mach ich Wow, der rettet ab hierher Julian Ja, wo bist du? Äh... Da, wo der eine steht Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Weg hier Ich renn grad mit dem einen um das Haus rum Dann renn jetzt zu mir rüber Ja, der Brücke ist gleich tot Ja, ich hol mir den Okay, ganz ökert Renn weiter, renn weiter, renn weiter, renn weiter Hab ihn geholt Wo ist der zweite? Hinterm Haus Warte, ich komm zu dir rüber Alter, der tut weh Auf geht's Übrigens die Kiste oben mit lündert Oh ne, du siehst mich nicht, ne? Moment, Moment, ich seh dich gleich Alter Ich seh dich jetzt besser Ne, ich pass bei mir ist auch, ähm, safe Alter, ich will das erste Mal, dass wir den Borderns echt Deckung suchen Ja, ja Krass, ne? Krass, ne? Schenkst du dem auch richtig krass ein mit ner Slack-Waffe? Korrosionswaffe? Komm, der Slack, äh ja, Korrosionswaffe Erlitten Alter, fucking Leben muss der denn gehabt haben Einiges Es ist ja ab, was Ich hab den knapp 700 Schuss SMG-Monitor reingedrückt Ja, das kann bei mir auch klarkommen Ich hab, ich stand halt immer noch auf 300 und hab halt irgendwie Ich hab vorhin, er stand halt eins da Und ich hab halt einmal mal noch ein ganzes Magazin draufgefallen Und stand immer noch eins da Ja So nach dem Motto, ich hab einfach ordentlich Money Oh fuck Müssen wir da runter? Ja, ich bin grad gelandet Ich komm mal hinterher Ich bin direkt neben dir gelandet Man kommt ja jetzt halt auch nur von oben hin Überwältigend Perfekter Doppel-Regenbogen Was hat das zu bedeuten? Oh mein Gott, ist der bekifft? Bewältigend Alter, was geht bei dem? Errungenschaft freigeschaltet Warte, was hat das zu bedeuten? Ich glaub, das war das Ding hier oben Ja Musst du jetzt bei meinen Waffen was checken? War noch eine Missionswaffe da, ne? Ja, ja, die ist für irgendeine komische Mission Du bist auch so ein Captain Obvious, ne? Ja Gönsäcke, ne? Scheißgranate Ah, ich hab Schilder vorhin eingesammelt Julian? Ja? Ich hab vorhin Schilder eingesammelt Ich hab einen, ne? So Äh, 9000 Wie viel, wie viel Schild brauchst du, damit das einen toppt? 8700 8700 Brauch ich Ich hab einmal 9000 Warte mal, komm mal her Einmal den hier Der ist, äh, in der Ladeverzögerung schlechter, aber im Rest ganz gut Ich hätte sonst noch Nova-Schaden, Nova-Schadenschild, der sieht so aus Ich glaub, das ist nicht so dein Teil Ne Ja Dann, äh, gönn dir den anderen Schild Also, ich hatte mal ne, ein Schild, was mir, wenn's voll aufgeladen ist, mehr Sniper-Schaden gibt Dann hatte ich einen Sniper, der noch mehr Schaden macht, wenn sie auf ein voll aufgeladenes Schild schießt Ach, der hat noch Spezialfähigkeiten, stimmt Wenn das aufgemacht ist, setze es eine Feuer-Nova frei Laufen, was wir lösen! Catch a ride! Du hast Overlook gefunden, ja? Das war mein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam Dank Jacks Backbauaktivitäten ladet jetzt jeder dort unter Schädelfrost Ja, mein Teufel, sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen Sobald die Mondbasis deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Stellreisestation haben Ah, hier gibt's auch wieder das lustige Tower-Defense Komm her Ja, ja, entspann dich Gönn dir den Job Nichts Gutes gefunden? Meine Waffenautomaten schaffen abgelenkt Ich mag die Sniper 4400? Viel Spaß mit dem neuen Tötungsinstrument SMG ist scheiße Bis bald Alter, du stupst mich schon wieder, äh, dingst mich schon wieder an Ja, das ist wenn ich Ding hier, Tab drück Ich guck grad, was die anderen, was die anderen so Sachen sind Boah, die, die SMG ist ja mal mega scheiße Nico, bereit für den Transmitter? Äh, warte noch kurz Schrotze Schrotze 1000 Nee Willkommen in Overlord Wir freuen uns sie zusammen Gute Idee Boah, Alter Raketenwerfer-Muni kostet so viel Ja, hau rein Ähm, Muni, wo ist die Muni? Neben dem Einkaufsladen Ah, da Hä, den Shop kann man gar nicht benutzen Echt zu wenig Geld, nur Muni zu kaufen Ja Wie viel Muni, wie viel Was brauchst du? Achso, nee, ich hab genug Geld dabei Ich hab jetzt noch 50.000 halt So entspannt Er sendet jetzt die Lieferanslage Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und Angel Das reicht Du kannst aufhören so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen Angel Julian Ja Guck mich mal an Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe Schütze den Transmitter Wenn du nicht mal mit diesen Lowdown fertig wirst Gott, die hat bis ne Burstwaffe Kann man sich auch hinlegen in dem Spiel? Nein, kann man nicht Hat mich gewundert Easy Ich nehm die linke Seite, okay? Das wird noch alles andere als easy Ich nehm die linke Seite Boah Alter, jetzt fress doch einfach mal den Kack-Schaden, du neviger Gunloader Achtung, die kommen hoch Niko Ja Ich muss den Transmitter-Anfrage für unterliegte Schnellreisestation erhärten Voraussichtliche Bearbeitungszeit Drei bis sechs Wochen Nein, 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 nein Ich verändere ein paar Daten Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann Julian, ich rush jetzt aber mal ein wenig drauf, okay? Und ja Ich habe da noch Anfrage eine wehre direkt hinzugeben Tiber-Injunction kommt sicher ein paar Möner-Träger mit dem Kammenden-Marschub aus Easy, richtig easy Wenn du den Transmitter nicht reparierst, dann kommt deine Lieferanfrage nicht durch Alter, ein Exploder bei dir Ich hab's gesehen Ein Haufen Exploder sind hier Der Transmitter ist schon wieder beschädigt Alter Schaffst du's? Natürlich schaff ich's Ich kann mal zurück Ich kann mal zurück Ex-